Lajewski erhielt zwei Zettel. Er wickelte einen auf und las, »Fahr nicht weg, mein Lieber!« »Wer könnte das geschrieben haben?«, überlegte Lajewski. »Natürlich nicht Samulenko. Und auch nicht der Diakon, denn der weiß nicht, dass ich wegfahren will.« »Etwa von Koren?« Der Zoologe beugte sich über den Tisch und zeichnete eine Pyramide. Lajewski kam es vor, als lächelten seine Augen. »Wahrscheinlich hat sich Samulenko verplappert,« dachte Lajewski. Auf dem anderen Zettel stand mit der gleichen verstellten Handschrift, mit langen Schwänzchen und Schnörkeln, »Jemand wird am Sonnabend nicht abreisen.« »Eine dumme Spötterei,« dachte Lajewski. »Freitag, Freitag.« Etwas wirkte ihn in der Kehle. Er fasste sich an den Hemdkragen und wollte husten, doch statt des Hustens entrang sich seiner Kehle ein Lachen. »Ha, ha, ha!« lachte er los. »Ha, ha, ha!« »Worüber lache ich denn?«, überlegte er. »Ha, ha, ha!« Er versuchte sich zu beherrschen und hielt die Hand vor den Mund, aber der Lachreiz drückte ihn auf Brust und Hals und die Hand konnte den Mund nicht verschließen. »Wie dumm das ist,« dachte er und bog sich vor Lachen. »Bin ich denn verrückt geworden?« Das Lachen klang immer heller und heller und glich dem Gebell eines Bolognesers. Lajewski wollte aufstehen, aber die Beine gehorchten ihm nicht und seine rechte Hand tanzte sonderbar und gegen seinen Willen über den Tisch, griff krampfhaft nach den Zetteln und zerknüllte sie. Er sah erstaunte Blicke, das ernste, erschrockene Gesicht Samoylenkos und den Blick des Zoologen, voller kaltem Hohn und Abscheu, und er begriff, dass er einen hysterischen Anfall hatte. »Wie hässlich und beschämend!«, dachte er und spürte auf seinem Gesicht die Wärme von Tränen. »Ach, ach, welche Schande! Das ist mir noch nie passiert!« Da nahm man ihn bei den Armen, stützte von hinten seinen Kopf und führte ihn hinaus. Ein Glas blitzte vor seinen Augen auf und stieß gegen seine Zähne, Wasser lief über seine Brust. Da war ein kleines Zimmer, in der Mitte zwei Betten, bezogen mit sauberen, schneeweißen Decken. Er fiel auf das eine Bett und brach in Schluchzen aus. »Macht nichts! Macht nichts!«, redete Samoylenko ihm zu. »Das kommt vor! Das kommt vor!« Vor Angst ganz erstarrt, am ganzen Körper zitternd und schreckliches Ahnend, stand Nadeshtav Jodorovna am Bett und fragte, »Was ist dir? Was denn? Um Gottes Willen, sprich!« »Ob Kirillin ihm etwas geschrieben hat?«, überlegte sie. »Es ist nichts!«, erwiderte Lajewski, lachend und weinend. »Geh weg von hier, Liebchen!« Sein Gesicht drückte weder Hass noch Abscheu aus, also wußte er von nichts. Nadeshtav Jodorovna beruhigte sich ein wenig und ging in den Salon. »Regen Sie sich nicht auf, meine Liebe«, sagte Maria Konstantinovna zu ihr, setzte sich neben sie und ergriff ihre Hand. »Das geht vorbei. Die Männer sind genauso schwach wie wir, Sünderinnen. Sie beide machen jetzt eine Krise durch, das ist so verständlich.« »Nun, meine Liebe, ich erwarte Ihre Antwort. Wollen wir miteinander reden?« »Nein, wir wollen nicht reden«, erwiderte Nadeshtav Jodorovna, während sie Lajewskis Schluchzen lauschte. »Mir ist das Herz so schwer. Erlauben Sie mir zu gehen.« »Was denn, was denn, meine Liebe?«, entgegnete Maria Konstantinovna erschrocken. »Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie ohne Abendbrot gehen? Wir essen schnell ein wenig und dann, in Gottes Namen.« »Mir ist das Herz so schwer.«, flüsterte Nadeshtav Jodorovna und umfasste mit beiden Händen die Sessellehne, um nicht zu fallen. »Er hat Kinderkrämpfe«, sagte von Koren heiter, als er den Salon betrat, aber als er Nadeshtav Jodorovna erblickte, wurde er verlegen und ging wieder hinaus. Nachdem der hysterische Anfall vorbei war, saß Lajewski auf dem fremden Bett und dachte, »Welche Schande, ich habe losgeheult wie ein Mädchen. Wahrscheinlich bin ich lächerlich und abstoßend. Ich werde über die Hintertreppe verschwinden.« »Das würde jedoch bedeuten, dass ich meine Hysterie ernst nehme. Man müsste sie als einen Scherz hinstellen.« Er besah sich im Spiegel, blieb noch ein Weilchen sitzen und ging dann in den Salon. »Da bin ich«, sagte er lächelnd. Er schämte sich maßlos und fühlte, dass auch den anderen seine Anwesenheit peinlich war. »Solche Geschichten gibt es«, sagte er und nahm Platz. Ich saß da und plötzlich, wissen Sie, spürte ich einen furchtbaren stechenden Schmerz in der Seite. Es war unerträglich. Meine Nerven hielten es nicht aus und da kam diese dumme Geschichte. Unser nervöses Zeitaltern, da kann man nichts machen.« Beim Abendessen trank er Wein, unterhielt sich und strich sich ab und zu krampfhaft tief atmend über die Seite, als wollte er zeigen, dass er den Schmerz noch spüre. Doch niemand außer Nadeschta Fjodorovna glaubte ihm. Das sah er. Nach neun Uhr ging man auf den Boulevard, um etwas spazieren zu gehen. Nadeschta Fjodorovna, die befürchtete, Kirilin könnte sie ansprechen, bemühte sich, die ganze Zeit an der Seite von Maria Konstantinowna und den Kindern zu bleiben. Vor Angst und Kummer geschwächt und im Vorgefühl eines Fieberanfalls quälte sie sich und konnte kaum die Beine bewegen, aber sie ging nicht nach Hause, denn sie war überzeugt, Kirilin oder Adjmihanov oder beide zusammen würden ihr folgen. Kirilin ging hinter ihr neben Nikodim Alexandric und sang halblaut vor sich hin, »Mit mir zu spielen erlaub ich nicht, erlaub ich nicht«. Vom Boulevard ging man zum Pavillon, schlenderte dann den Strand entlang und schaute lange zu, wie das Meer phosphores zierte. Von Koren begann zu erzählen, wie diese Erscheinung zu erklären sei. »Es wird höchste Zeit, dass ich Wind spielen gehe. Man wartet auf mich«, sagte Lajewski, »leben Sie wohl, meine Herrschaften.« »Ich komme mit, warte«, sagte Nadeschta Fjodorovna und hängte sich bei ihm ein. Sie verabschiedeten sich von der Gesellschaft und gingen. Kirilin verabschiedete sich ebenfalls, sagte, er habe den gleichen Weg und ging mit ihnen. »Soll kommen, was will«, dachte Nadeschta Fjodorovna, »soll es schon sein.« Es kam ihr vor, als hätten alle schlechten Erinnerungen ihren Kopf verlassen und gingen schwer atmend im Dunkeln neben ihr. Sie selbst aber krieche mühsam wie eine Fliege, die in die Tinte gefallen ist, über das Straßenpflaster und beschmiere Lajewskis Seite und Hand mit schwarzer Tinte. Wenn Kirilin, überlegte sie, etwas Schlechtes tut, dann sei nicht er daran schuld, sondern nur sie allein. Es gab doch eine Zeit, da sprach kein einziger Mann so zu ihr wie Kirilin, und sie selbst hatte diese Zeit gleich einem Faden zerrissen und unwiederbringlich zerstört. Und wer war schuld daran? Von ihren Begierden umnebelt, hatte sie einen unbekannten Mann angelächelt, wahrscheinlich nur deshalb, weil er gut gebaut und stattlich war. Nach zwei Rendezvous war sie seiner überdrüssig geworden und hatte mit ihm gebrochen. Hatte er, so dachte sie jetzt, daher nicht das Recht, mit ihr so zu verfahren, wie es ihm beliebte? Hier verabschiede ich mich von dir, Liebchen, sagte Lajewski und blieb stehen. Ilja Michailitsch wird dich begleiten. Er verbeugte sich vor Kirilin, überquerte schnell den Boulevard, ging die Straße entlang bis zu Szeszkowskis Haus, wo die Fenster erleuchtet waren, und dann hörte man, wie er die Pforte hinter sich zuschlug. Erlauben Sie mir, mich mit Ihnen auszusprechen, begann Kirilin. Ich bin kein dummer Junge, nicht irgendein Atschkasov, Latschkasov oder Satschkasov. Ich verlange ernsthafte Beachtung. Nadeshtav Jodorovnas Herz pochte heftig. Sie antwortete nicht. Die plötzliche Veränderung in ihrem Verhalten zu mir habe ich anfangs für Koketterie gehalten, fuhr Kirilin fort. Jetzt aber sehe ich, dass sie einfach keine Ahnung haben, wie man sich anständigen Menschen gegenüber benimmt. Sie wollten einfach mit mir spielen, wie mit diesem Bengel, diesem Armenier. Ich bin aber ein anständiger Mensch und verlange, dass man mich auch wie einen anständigen Menschen behandelt. Ich stehe also zu ihren Diensten. Mir ist so schwer ums Herz, sagte Nadeshtav Jodorovna und fing an zu weinen. Und um ihre Tränen zu verbergen, wandte sie sich ab. Mir ist auch schwer ums Herz, aber was folgt daraus? Kirilin schwieg eine Weile und sagte dann bestimmt und mit Betonung, Ich wiederhole, gnädige Frau, wenn Sie mir jetzt kein Rendezvous gewähren, mache ich noch heute einen Skandal. Lassen Sie mich heute, sagte Nadeshtav Jodorovna und erkannte ihre eigene Stimme nicht wieder. So jämmerlich und so dünn klangen sie. Ich muss Ihnen eine Lektion erteilen. Entschuldigen Sie meinen groben Ton, aber ich muss Ihnen unbedingt eine Lektion erteilen. Ja, leider bin ich dazu gezwungen. Ich verlange zwei Rendezvous. Heute eins und morgen. Übermorgen sind Sie völlig frei und können in alle vier Himmelsrichtungen ziehen, mit wem Sie wollen. Heute eins und morgen. Nadeshtav Jodorovna trat an ihre Pforte und blieb stehen. Lassen Sie mich heute, flüsterte sie am ganzen Körper zitternd. Sie sah in der Dunkelheit nur den weißen Uniformrock. Sie haben recht, ich bin eine schreckliche Frau. Ich bin schuldig, aber lassen Sie mich. Ich bitte Sie. Sie berührte seine kalte Hand und fuhr zusammen. Ich flehe sie an. Oh weh, seufzte Kirillin. Oh weh, es liegt nicht in meiner Absicht, Sie heute zu lassen. Ich will Ihnen nur eine Lektion erteilen, Ihnen Verständnis beibringen. Und außerdem, Madame, glaube ich den Frauen herzlich wenig. Mir ist so schwer ums Herz. Nadeshtav Jodorovna lauschte dem eintönigen Rauschen des Meeres und blickte zu dem Sternen übersäten Himmel empor. Und sie wollte gern schnell mit allem Schluss machen und sich von dem verdammten Gefühl des Lebens mit seinem Meer, den Sternen, den Männern und dem Fieber befreien. Nur nicht bei mir daheim, sagte sie kühl. Führen Sie mich irgendwo hin. Gehen wir zum Jurydorf. Das ist das Beste. Wo ist das? Neben dem alten Wall. Sie ging schnell die Straße entlang und bog dann in eine Gasse ein, die zu den Bergen führte. Es war dunkel. Hier und da fielen aus den beleuchteten Fenstern blasse Lichtstreifen auf das Straßenpflaster und es schien ihr, sie gerate wie eine Fliege, bald in die Tinte, bald krieche sie wieder heraus ans Licht. Kirillin schritt hinter ihr. An einer Stelle stolperte er, fiel beinahe hin und lachte. Er ist betrunken, dachte Nadeschta Fyodorovna. Es ist aber gleich, ganz gleich. Soll es schon sein. Atschmijanov verabschiedete sich ebenfalls bald von der Gesellschaft und ging Nadeschta Fyodorovna nach, um sie zu einer Bootsfahrt einzuladen. Er kam an ihr Haus und schaute durch den Zaun. Die Fenster standen weit offen, aber es brannte kein Licht. Nadeschta Fyodorovna, rief er. Eine Minute verging. Er rief noch einmal. Wer ist da? Ertönte Olgas Stimme. Ist Nadeschta Fyodorovna zu Haus? Nein, sie ist noch nicht zurück. Sonderbar, sehr sonderbar, dachte Atschmijanov. Und eine starke Unruhe bemächtigte sich seiner. Sie ist doch nach Hause gegangen. Er schlenderte über den Boulevard, dann die Straße entlang und schaute in die Fenster von Tscheschkowskis Haus. Lajewski saß ohne Rock am Tisch und blickte aufmerksam in die Karten. Sonderbar, höchst sonderbar, murmelte Atschmijanov und bei der Erinnerung an Lajewskis hysterischen Anfall schämte er sich. Wenn sie nicht zu Hause ist, wo könnte sie dann sein? Er ging wieder zu Nadeschta Fyodorovnas Wohnung und schaute auf die dunklen Fenster. Das ist ein Betrug, ein Betrug, dachte er, als ihm einfiel, dass sie ihm selbst versprochen hatte, mit ihm abends Boot zu fahren, als er sie heute Mittag bei Bityogovs getroffen hatte. In dem Haus, wo Kyrilin wohnte, waren die Fenster ebenfalls dunkel und auf der kleinen Bank vor dem Tor saß ein Polizist und schlief. Als Atschmijanov die Fenster und den Polizisten sah, wurde ihm alles klar. Er beschloss, sich nach Hause zu begeben und ging auch, geriet jedoch wieder vor Nadeschta Fyodorovnas Wohnung. Hier setzte er sich auf die Bank und nahm den Hut ab, denn er spürte, wie sein Kopf vor Eifersucht und Kränkung glühte. Die Uhr der Stadtkirche schlug täglich nur zweimal, zu Mittag und um Mitternacht. Bald nachdem es Mitternacht geschlagen hatte, erklangen hastige Schritte. Also morgen Abend wieder beim Jurydorf, hörte Atschmijanov und erkannte Kyrilins Stimmen. Um 8 Uhr, auf Wiedersehen! Am Zaun erschien Nadeschta Fyodorovna. Sie bemerkte Atschmijanov auf der Bank nicht, glitt wie ein Schatten an ihm vorbei, schloss die Pforte auf, ließ sie offen und trat ins Haus. In ihrem Zimmer zündete sie eine Kerze an, zog sich schnell aus, legte sich aber nicht ins Bett, sondern kniete vor dem Stuhl nieder, umfasste ihn und presste ihre Stirn dagegen. Lajewski kehrte gegen drei Uhr heim. Nachdem Lajewski beschlossen hatte, nicht sogleich, sondern immer in Abständen zu lügen, ging er am nächsten Tag gegen zwei Uhr nachmittags zu Samoylenko, um das Geld zu erbitten, denn er wollte unbedingt am Sonnabend abreisen. Nach dem gestrigen Anfall gesellte sich zu seiner bedrückten seelischen Verfassung noch heftiges Schamgefühl, sodass es ihm unmöglich war, länger in der Stadt zu bleiben. Würde Samoylenko auf seinen Bedingungen bestehen, so könnte man darauf eingehen und das Geld annehmen, morgen aber, in der Stunde der Abreise, würde er sagen, Nadeschta Fyodorovna habe sich geweigert zu fahren. Heute Abend könnte er ihr einreden, es geschehe alles zu ihrem Besten. Sollte sich aber Samoylenko unter von Korens offenkundigem Einfluss strikt weigern, das Geld zu geben oder irgendwelche neuen Bedingungen stellen, so würde er Lajewski bereits heute mit einem Frachtdampfer oder sogar mit einem Segelschiff nach Novi Afon oder Novorossisk fahren, von dort ein erniedrigendes Telegramm an seine Mutter schicken und so lange dort bleiben, bis sie ihm das Reisegeld übersenden würde. Als er bei Samoylenko eintraf, fand er im Salon von Koren vor. Der Zoologe war gerade zum Mittagessen gekommen, hatte wie gewöhnlich das Album aufgeschlagen und betrachtete die Männer mit den Zylinderhüten und die Damen mit den Spitzenhauben. Wie ungelegen, dachte Lajewski, als er ihn erblickte. Er wirkt nur stören. Guten Tag. Guten Tag, erwiderte von Koren, ohne ihn anzusehen. Ist Alexander Daviditsch zu Hause? Ja, in der Küche. Lajewski ging in die Küche, aber als er durch die Tür sah, dass Samoylenko mit einem Salat beschäftigt war, kehrte er in den Salon zurück und nahm Platz. In Gegenwart des Zoologen war ihm stets unangenehm zumute, jetzt aber fürchtete er, er würde auf den hysterischen Anfall zu sprechen kommen. Mehr als eine Minute verging in Schweigen. Von Koren schaute zu Lajewski auf und fragte, wie fühlen Sie sich nach dem gestrigen Vorfall? Ausgezeichnet, antwortete Lajewski errötend. Es war doch eigentlich nichts Besonderes. Bis gestern war ich der Ansicht, nur Damen bekämen hysterische Anfälle. Daher dachte ich zunächst, sie hätten den Falztanz. Lajewski lächelte schmeichlerisch und dachte, wie taktlos von ihm. Er weiß doch sehr wohl, dass mir schwer zumute ist. Ja, das war eine komische Geschichte, sagte Lajewski und lächelte immer noch. Ich habe heute noch den ganzen Morgen gelacht. Das Seltsame bei einem hysterischen Anfall ist, man weiß, er ist unsinnig und man lacht innerlich darüber, aber gleichzeitig schluchzt man. In unserem nervösen Zeitalter sind wir Sklaven unserer Nerven. Sie sind unsere Herren und machen mit uns, was sie wollen. Die Zivilisation hat uns in dieser Hinsicht einen Bärendienst erwiesen. So sprach Lajewski und es war ihm unangenehm, dass von Koren ihm ernst und aufmerksam zuhörte und ihn sehr aufmerksam ansah, ohne eine Miene zu verziehen, als wolle er ihn studieren. Er ärgerte sich über sich selbst, weil er trotz seiner Antipathie gegen von Koren durchaus nicht das schmeichlerische Lächeln von seinem Gesicht verbannen konnte. Ich muss jedoch zugeben, fuhr er fort, dass es tiefere Ursachen für den Anfall gab und dabei ziemlich begründete. Meine Gesundheit hat in letzter Zeit einen Knacks bekommen. Nehmen Sie die Langeweile, dazu den ständigen Geldmangel, das Fehlen von Menschen und gemeinsamen Interessen, eine äußerst schwierige Lage. Ja, ihre Lage ist aussichtslos, sagte von Koren. Diese ruhigen, kühlen Worte, die entweder Spott oder eine ungebetene Prophezeiung enthielten, verletzten Lajewski. Er erinnerte sich an von Korens gestrigen Blick, der voller Hohn und Abscheu gewesen war, schwieg ein Weilchen und fragte, nun nicht mehr lächelnd, Woher ist Ihnen meine Lage bekannt? Sie haben soeben selbst darüber gesprochen und auch Ihre Freunde nehmen an Ihnen so lebhaften Anteil, dass man den ganzen Tag nur von Ihnen hört. Welche Freunde? Etwas Samoylenko? Ja, auch er. Ich sollte Alexander Daviditsch und meine Freunde überhaupt bitten, sich etwas weniger um mich zu sorgen. Da kommt Samoylenko. Bitten Sie ihn, dass er sich etwas weniger um Sie sorgt. Ich verstehe Ihren Ton nicht, murmelte Lajewski, als habe er erst jetzt begriffen, dass der Zoologe ihn hasste, verachtete und sich über ihn lustig machte und dass er sein ärgster und unversöhnlichster Feind war. Heben Sie sich diesen Ton für jemand anders auf, sagte er leise. Er konnte nicht laut sprechen, weil der Hass ihn schon auf Brust und Hals drückte, so wie gestern der Wunsch zu lachen. Samoylenko trat ein, ohne Rock, schweißbedeckt und von der Küchenhitze feuerrot. Ah, du bist hier, sagte er. Guten Tag, mein Lieber. Hast du schon zu Mittag gegessen? Ziehe dich nicht. Sag, hast du gegessen? Alexander Daviditsch, sagte Lajewski und stand auf, wenn ich mich mit einer vertraulichen Bitte an dich gewandt habe, so bedeutete das nicht, dass ich dich von deiner Pflicht, verschwiegen zu sein und fremde Geheimnisse zu achten, entbunden habe. Was ist los? entgegnete Samoylenko verwundert. Wenn du kein Geld hast, fuhr Lajewski fort, die Stimme hebend und vor Aufregung von einem Fuß auf den anderen tretend, so brauchst du keins zu geben und kannst Nein sagen, aber warum in jeder Gasse ausposaunen, meine Lage sei aussichtslos und anderes mehr? Ich kann diese Wohltaten und Freundschaftsdienste, bei denen man für eine Kopeke etwas tut, aber für einen Rubel darüber redet, nicht ausstehen. Du kannst mit deinen Wohltaten prahlen, so viel du willst, aber niemand hat dir das Recht gegeben, meine Geheimnisse zu enthüllen. Was für Geheimnisse? fragte Samoylenko erstaunt und ärgerte sich bereits. Wenn du gekommen bist, um zu schimpfen, dann geh, komm später wieder. Ihm fiel der Ratschlag ein, man solle in Gedanken bis 100 zählen, wenn man sich über seinen Nächsten ärgert, dann werde man sich wieder beruhigen und er fing schnell an zu zählen. Ich bitte Sie, sorgen Sie sich nicht um mich, fuhr Lajewski fort. Kümmern Sie sich nicht um mich. Wen geht das etwas an, was ich bin und wie ich lebe? Ja, ich will abreisen. Ja, ich mache Schulden, trinke, lebe mit einer fremden Frau. Ich habe hysterische Anfälle, bin banal und nicht so tiefsinnig wie manche andere. Aber wen geht das etwas an? Achten Sie die Persönlichkeit. Entschuldige, Brüderchen, sagte Samoylenko, nachdem er bis 35 gezählt hatte. Aber achten Sie die Persönlichkeit, unterbrach ihn Lajewski. Diese ständigen Gespräche auf Kosten eines Dritten, diese U's und A's, das ständige Nachspionieren, das Horchen, dieses freundschaftliche Mitgefühl, zum Teufel damit. Man borgt mir Geld und stellt Bedingungen, als wäre ich ein dummer Junge. Man behandelt mich, weiß der Teufel, wie. Ich will nichts. Schrie Lajewski, der vor Aufregung schwankte und dabei fürchtete, er könne wieder einen hysterischen Anfall bekommen. Ich fahre also Sonnabend nicht, schoss es durch sein Hirn. Ich will nichts. Ich ersuche Sie nur, wenn ich bitten darf, mich von der Bevormundung zu befreien. Ich bin kein dummer Junge und kein Verrückter und ersuche Sie, diese Aufsicht über mich aufzuheben. Der Diakon kam herein und blieb wie angewurzelt an der Tür stehen, als er Lajewski blass, mit den Händen fuchtelnd und mit einer seltsamen Rede an das Porträt des Fürsten Wolonts aufgewandt erblickte. Das ständige Hineingucken in meine Seele, fuhr Lajewski fort, kränkt in mir die Menschenwürde, und ich bitte die Freiwilligen Spitzel mit ihrer Spionage aufzuhören. Es ist genug. Was hast du? Was haben sie gesagt? fragte Samoylenko, der bis hundert gezählt hatte und sich feuerrot Lajewski näherte. Es ist genug, wiederholte Lajewski keuchend und ergriff seine Mütze. Ich bin russischer Arzt, Edelmann und Staatsrat, sagte Samoylenko abgehackt. Ich war niemals ein Spitzel und erlaube keinem, mich zu beleidigen, rief er mit dröhnender Stimme, wobei er besonders das letzte Wort betonte. Schweigen Sie! Der Diakon, der den Arzt noch nie so imposant, geschwollen, feuerrot und angsteinflößend gesehen hatte, presste die Lippen aufeinander, lief in die Diele und wälzte sich dort vor Lachen. Lajewski sah wie durch einen Nebel, das von Koren sich erhob und die Hände in den Hosentaschen in einer Pose stehen blieb, als warte er, was weiterkäme. Diese ruhige Haltung erschien Lajewski in höchstem Grade frech und beleidigend. Bitte nehmen Sie Ihre Worte zurück! schrie Samoylenko. Lajewski, der sich nicht mehr entsinnen konnte, welche Worte er gebraucht hatte, antwortete, Lassen Sie mich in Ruhe! Ich will nichts! Ich will nur, dass Sie und die Abkömmlinge von deutschen Juden mich in Ruhe lassen! Sonst muss ich Maßnahmen ergreifen! Ich werde mich schlagen! Jetzt begreife ich, sagte von Koren und kam hinter dem Tisch hervor. Herr Lajewski hätte Lust, sich vor der Abreise bei einem Duell zu amüsieren. Ich kann ihm dieses Vergnügen bereiten. Herr Lajewski, ich nehme Ihre Forderung an. Forderung? fragte Lajewski leise, näherte sich dem Zoologen und blickte voll Hass auf seine gebräunte Stirn und sein lockiges Haar. Eine Forderung? Bitte! Ich hasse, ich hasse Sie! Sehr erfreut! Morgen bei Tagesanbruch in der Nähe von Kerberlei, mit allen Einzelheiten nach Ihrem Geschmack. Und jetzt machen Sie, dass Sie wegkommen! Ich hasse Sie, sprach Lajewski leise und schwer atmend. Ich hasse Sie schon lange. Ein Duell? Jawohl! Bring ihn weg, Alexander Daviditsch, sonst gehe ich, sagte von Koren. Er wird mich noch beißen. Von Korens ruhiger Ton ernüchterte den Arzt. Er kam plötzlich zu sich, nahm wieder Vernunft an, fasste mit beiden Händen Lajewski um die Taille, trennte ihn von dem Zoologen und murmelte mit zärtlicher, vor Aufregung zitternder Stimme. Meine Freunde, ihr Lieben, ihr Guten, habt euch ereifert, nun aber genug, schwamm drüber, meine Freunde. Als Lajewski die weiche, freundschaftliche Stimme vernahm, fühlte er, dass in seinem Leben soeben etwas noch nie dagewesenes, unerhörtes geschehen war, so als hätte ihn beinahe ein Zug überfahren. Er war dem Weinen nahe, winkte resigniert ab und lief aus dem Zimmer. Fremden Hass fühlen und sich vor dem hassenden Menschen in dem jämmerlichsten, schwächsten und hilflosesten Zustand zeigen, bei Gott, das ist schwer, dachte er etwas später, als er im Pavillon saß und von dem eben erlebten fremden Hass so etwas wie Rost auf seinem Körper spürte. Mein Gott, wie roh das ist! Kaltes Wasser mit Kognak munterte ihn auf. Er stellte sich von Korens ruhiges, hochmütiges Gesicht vor, seinen gestrigen Blick, sein Hemd, das einem Teppich glich, seine Stimme, seine weißen Hände und ein leidenschaftlicher, gieriger Hass regte sich in seiner Brust und forderte Genugtuung. Er warf in Gedanken von Koren zu Boden und trampelte mit den Füßen auf ihm herum. Bis in die kleinsten Einzelheiten erinnerte er sich an alles, was vorgefallen war. Und er wunderte sich, wie er diesen unbedeutenden Menschen hatte schmeichlerisch anlächeln und die Meinung dieser nichtigen, völlig unbekannten Leutchen hatte schätzen können, die in einem winzigen Städtchen hausten, das wohl nicht einmal auf der Karte verzeichnet war und das in Petersburg kaum ein anständiger Mensch kannte. Verschwende dieses Städtchen plötzlich oder ginge in Flammen auf, man würde in Russland die Nachrichten darüber mit der gleichen Langeweile lesen wie ein Inserat über den Verkauf gebrauchter Möbel. Ob er von Koren morgen tötete oder ihn am Leben ließ, das war nutzlos und uninteressant. Ihn ins Bein oder in die Hand schießen, ihn verwunden und dann verspotten, das wollte er. Und wie ein Insekt mit einem abgerissenen Beinchen im Gras verschwindet, so sollte er dann mit seinem dumpfen Leid in der Masse ebenso nichtiger Menschen, wie er selbst es war, verschwinden. Lajewski ging zu Tschechkowski, erzählte ihm alles und bat ihn, sein Sekundant zu sein. Dann begaben sich die beiden zu dem Leiter des Post- und Telegrafenamtes, baten auch ihn, Sekundant zu sein und blieben bei ihm zum Mittagessen. Während der Mahlzeit scherzte man und lachte. Lajewski spöttelte über sich selbst, er könne fast gar nicht schießen und nannte sich Schützenkönig und Wilhelm Tell. Man muss diesem Herrn eine Lektion erteilen, sagte er. Nach dem Essen setzte man sich zum Kartenspielen. Lajewski spielte, trank Wein und dachte, ein Duell sei eigentlich dumm und sinnlos, weil es eine Frage nicht lösen könne, sondern nur kompliziere. Aber es gehe eben manchmal nicht ohne Duell. Zum Beispiel im vorliegenden Fall. Man konnte doch nicht von Koren beim Friedensrichter verklagen. Und das bevorstehende Duell war auch deshalb gut, weil er danach nicht länger in der Stadt bleiben konnte. Er war leicht angetrunken, zerstreute sich beim Kartenspiel und fühlte sich wohl. Als jedoch die Sonne untergegangen war und die Dunkelheit hereinbrach, wurde er von Unruhe ergriffen. Das war nicht die Angst vor dem Tod, denn es hatte sich in ihm aus irgendeinem Grund während des Mittagessens und des Kartenspiels die Überzeugung festgesetzt, das Duell würde ergebnislos enden. Es war die Angst vor dem Unbekannten, das morgen früh zum ersten Mal in seinem Leben geschehen sollte. Und die Angst vor der kommenden Nacht. Er wusste, dass die Nacht lang und schlaflos sein würde und dass er nicht nur an von Koren und seinen Hass denken durfte, sondern auch an den Berg von Lügen, den er überwinden musste und den zu umgehen er keine Kraft und keine Fähigkeit besaß. Es sah so aus, als sei er plötzlich erkrankt. Er verlor auf einmal jedes Interesse am Kartenspiel und an den Menschen, er wurde unruhig und bat, nach Hause gehen zu dürfen. Er wollte sich möglichst schnell ins Bett legen, sich nicht bewegen und seine Gedanken auf die Nacht vorbereiten. Scheschkowski und der Postbeamte begleiteten ihn und begaben sich zu von Koren, um mit ihm wegen des Duells zu sprechen. Vor seiner Wohnung stieß Lajewski auf Adschmejanov. Der junge Mann keuchte und war ganz aufgeregt. Ich suche Sie, Ivan Andreevich, sagte er. Ich bitte Sie, gehen wir schnell. Wohin? Ein Ihnen unbekannter Herr wünscht Sie, wegen einer sehr wichtigen Angelegenheit zu sehen. Er bittet Sie dringend, für einige Augenblicke zu kommen. Er hat mit Ihnen etwas zu besprechen. Für ihn ist das eine Sache auf Leben und Tod. In der Erregung sprach Adschmejanov mit starkem armenischem Akzent, sodass bei ihm statt Leben Leben herauskam. Wer ist das? fragte Lajewski. Er bat, seinen Namen nicht zu erwähnen. Sagen Sie ihm, ich sei beschäftigt. Morgen, wenn er es wünscht. Wie kann man denn? erwiderte Adschmejanov erschrocken. Er will Ihnen etwas sagen, was für Sie sehr wichtig ist. Sehr wichtig. Wenn Sie nicht kommen, passiert ein Unglück. Sonderbar, murmelte Lajewski, der nicht begreifen konnte, warum Adschmejanov so erregt war und was für Geheimnisse es schon in diesem langweiligen, völlig unnützen Nest geben sollte. Sonderbar, wiederholte er nachdenklich. Na gut, gehen wir. Es ist ganz gleich. Adschmejanov ging schnell voraus, Lajewski hinter ihm. Sie gingen die Straße entlang, dann durch eine Gasse. Wie fade das alles ist, sagte Lajewski. Gleich, gleich, es ist nicht weit. Beim alten Wall schritten sie durch eine schmale Gasse zwischen zwei eingezäunten, unbebauten Grundstücken, kamen darauf in einen großen Hof und begaben sich zu einem kleinen Häuschen. Das ist doch Muridows Haus, nicht wahr? Fragte Lajewski. Ja. Aber weshalb gehen wir über die Hinterhöfe, das verstehe ich nicht. Wir hätten doch auch die Straße entlang gehen können, da wäre es näher gewesen. Macht nichts, macht nichts. Lajewski erschien es auch seltsam, dass Adschmejanov ihn zur Hintertreppe führte und mit der Hand winkte, als fordere er ihn auf, leise zu gehen und nicht zu sprechen. Hierher, hierher, sagte Adschmejanov, öffnete vorsichtig eine Tür und betrat auf Zehenspitzen den Flur. Leise, leise, ich bitte Sie, man könnte uns hören. Er lauschte, holte tief Atem und sagte flüsternd, öffnen Sie diese Tür da und gehen Sie hinein. Sie brauchen keine Angst zu haben. Lajewski öffnete verdutzt die Tür und trat in ein Zimmer mit niedriger Decke und verhängten Fenstern. Auf dem Tisch brannte eine Kerze. Wen suchen Sie? Fragte jemand aus dem Nebenzimmer. Bist du's, Muridka? Lajewski wandte sich zu jenem Zimmer und erblickte Kirilin neben ihm Nadeschta Fjodorovna. Er hörte nicht, was man zu ihm sagte, wich zurück und wusste nicht, wie er wieder auf die Straße gekommen war. Der Hass gegen von Koren und seine Unruhe, alles war aus seiner Seele verschwunden. Auf dem Heimweg fuchtelte er ungeschickt mit der rechten Hand herum, schaute aufmerksam auf seine Füße und bemühte sich, auf glattem Boden zu gehen. Zu Hause schritt er in seinem Arbeitszimmer auf und ab, rieb sich die Hände und zuckte linkisch mit den Schultern und dem Hals, als ob ihm Jackett und Hemd zu eng seien. Darauf zündete er eine Kerze an und setzte sich an den Tisch. Die humanitären Wissenschaften, von denen sie sprechen, werden erst dann das menschliche Denken befriedigen, wenn sie sich in ihrer Entwicklung mit den exakten Wissenschaften treffen und mit ihnen zusammengehen. Ob sie sich unter einem Mikroskop, in den Monologen eines neuen Hamlet oder aber in einer neuen Religion treffen, weiß ich nicht. Aber ich meine, eher wird sich die Erde mit einer Eiskruste bedecken, als dass dies geschieht. Die stabilste und lebendigste aller humanitären Wissenschaften ist natürlich die Lehre Christi, aber schauen Sie mal, wie unterschiedlich selbst sie aufgefasst wird. Die einen lehren, wir sollen alle unsere Nächsten lieben und machen dabei für Soldaten, Verbrecher und Geisteskranke eine Ausnahme. Die Ersten erlauben sie im Krieg zu töten, die Zweiten zu isolieren oder hinzurichten, den Dritten aber verbieten sie zu heiraten. Andere Kommentatoren lehren, man soll alle Nächsten ohne Ausnahme lieben, ohne Plus und Minus zu unterscheiden. Kommt nach dieser Lehre ein Schwindsüchtiger oder ein Mörder oder aber ein Epileptiker zu Ihnen und wirbt um Ihre Tochter, dann geben Sie sie ihm. Ziehen Schwachsinnige gegen physisch und geistig Gesunde ins Felde, dann haltet die Köpfe hin. Wenn diese Predigt der Liebe um der Liebe willen, so wie die von der Kunst um der Kunst willen, ihre Wirksamkeit entfalten könnte, sie würde zum völligen Aussterben der Menschheit führen. Und so würde sich das grandioseste Verbrechen abspielen, das jemals auf Erden stattfand. Es gibt sehr viele Auslegungen und wenn es ihrer auch viele gibt, der Ernsthaftdenkende wird sich mit keiner einzigen davon zufriedengeben und sich beeilen, zu der Menge von Deutungen noch eine eigene hinzuzufügen. Darum stellen Sie niemals eine Frage, wie Sie sagen, auf eine philosophische oder sogenannte christliche Grundlage. Damit entfernen Sie sich nur von der Lösung der Frage. Der Diakon hörte dem Zoologen aufmerksam zu, überlegte einen Augenblick und fragte, wurde das moralische Gesetz, das jedem Menschen eigen ist, von den Philosophen erfunden oder von Gott zugleich mit dem Leib geschaffen? Ich weiß es nicht, aber dieses Gesetz ist allen Völkern und Epochen in solchem Maße gemeinsam, dass ich glaube, man muss es als ein mit dem Menschen organisch verbundenes Gesetz betrachten. Es wurde nicht erdacht, sondern es ist da und wird bleiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob man es irgendwann einmal unter dem Mikroskop zu sehen bekommt, aber seine organische Verbindung wird schon durch den Augenschein bewiesen. Ein ernstes Gehirnleiden und alle sogenannten Geisteskrankheiten äußern sich, so viel mir bekannt ist, vor allem in einer Verzerrung des Moralgesetzes. Gut, aber so wie der Magen essen will, möchte das Moralgefühl, das wir unsere Nächsten lieben. Ist es nicht so? Unser natürliches Wesen widersetzt sich jedoch aus Selbstsucht der Stimme des Gewissens und der Vernunft und daraus entstehen viele Fragen, die Kopfzerbrechen bereiten. An wen sollen wir uns bei der Lösung dieser Fragen wenden, wenn Sie empfehlen, sie nicht auf philosophischer Grundlage zu stellen? Wenden Sie sich an die wenigen exakten Kenntnisse, die wir besitzen. Verlassen Sie sich auf den Augenschein und die Logik der Tatsachen. Freilich ist das dürftig, aber dafür nicht so unsicher und verschwommen wie die Philosophie. Angenommen, das Moralgesetz verlangt von Ihnen, Sie sollen die Menschen lieben. Was nun? Die Liebe muss darin bestehen, dass sie alles beseitigt, was so oder so den Menschen schadet und sie in Gegenwart und Zukunft in Gefahr bringt. Unsere Kenntnisse und der Augenschein sagen uns, der Menschheit droht seitens der moralisch und physisch anormalen Gefahr. Wenn das so ist, kämpfen Sie doch gegen die Anormalen. Wenn Sie nicht imstande sind, sie auf die Stufe des Normalen zu heben, so reichen doch Ihre Kraft und Ihr Können aus, sie unschädlich zu machen. Genauer gesagt, sie zu vernichten. Also die Liebe besteht darin, dass der Starke den Schwachen besiegt? Zweifellos. Aber die Starken haben unseren Herrn Jesus Christus gekreuzigt, rief der Diakon hitzig aus. Das ist es ja. Nicht die Starken, sondern die Schwachen haben ihn gekreuzigt. Die menschliche Kultur hat den Kampf ums Dasein und die natürliche Auslese abgeschwächt und ist bestrebt, sie zu beseitigen. Hieraus folgt die schnelle Vermehrung der Schwachen und ihr Übergewicht über die Starken. Stellen Sie sich vor, es würde Ihnen gelingen, den Bienen humane Ideen in ihrer unausgebildeten rudimentären Form einzuflößen. Was würde geschehen? Die Drohnen, die man töten muss, bleiben am Leben und fressen den Honig auf, demoralisieren die Bienen und unterdrücken sie. Das Ergebnis wäre das Übergewicht der Schwachen über die Starken und die Entartung der Starken. Das Gleiche geht jetzt auch mit der Menschheit vor sich. Die Schwachen unterdrücken die Starken. Bei den Wilden, die von der Kultur noch unberührt sind, geht der Stärkste, Weiseste und moralisch am Höchsten stehende allen voran. Er ist der Führer und der Herrscher. Und wir Kulturmenschen haben Christus gekreuzigt und kreuzigen ihn weiterhin. Uns fehlt also etwas. Und dieses etwas müssen wir bei uns wiederherstellen, sonst nehmen die Missverständnisse kein Ende. Aber was für ein Kriterium haben sie, um die Starken von den Schwachen zu unterscheiden? Wissen und Augenschein. Schwindsüchtige und Skrofulöse erkennt man an ihren Krankheiten. Sittenlose und Verrückte an ihren Handlungen. Aber es sind doch Irrtümer möglich. Ja, aber man darf sich nicht fürchten, nasse Füße zu bekommen, wenn eine Überschwemmung droht. Das ist Philosophie, erwiderte der Diakon lachend. Nicht im Geringsten. Sie sind dermaßen von ihrer Seminarphilosophie verdorben, dass sie in allem nur Nebelhaftes sehen möchten. Die abstrakten Wissenschaften, mit denen ihr junger Kopf vollgepfropft ist, nennt man deshalb abstrakt, weil sie ihren Verstand vom Augenschein abstrahieren. Schauen sie dem Teufel gerade ins Auge. Und wenn es der Teufel ist, so sagen sie es auch. Aber greifen sie nicht zu Kant oder Hegel, um nach Erklärungen zu suchen. Der Zoologe schwieg ein wenig und fuhr dann fort. Zweimal zwei ist vier, und ein Stein bleibt ein Stein. Da haben wir morgen das Duell. Wir beide sagen, es ist dumm und sinnlos. Das Duell hat sich überlebt, und ein aristokratischer Zweikampf unterscheidet sich im Grunde in nichts von einer Schlägerei unter Betrunkenen in einer Kneipe. Aber wir halten doch nicht ein, sondern fahren hin und werden uns schlagen. Es gibt also eine Kraft, die stärker ist als alle unsere Überlegungen. Wir schreien, ein Krieg sei Raub, Barbarei, Grauen und Brudermord. Wir können kein Blut sehen, ohne ohnmächtig zu werden. Aber die Franzosen oder die Deutschen brauchen uns nur zu kränken, da bemächtigt sich unser Sofort-Enthusiasmus. Wir schreien ganz aufrichtig Hurra und stürzen uns auf den Feind. Sie werden für unsere Waffen Gottes Segen erflehen, und unser Heldenmut wird allgemeine und dabei aufrichtige Begeisterung hervorrufen. Abermals gibt es also eine Kraft, die, wenn nicht höher, so doch stärker ist als wir und unsere Philosophie. Wir können sie ebenso wenig aufhalten, wie diese Wolke da, die vom Meer heraufzieht. Heucheln Sie nicht, ballen Sie nicht die Faust in der Tasche und sagen Sie nicht, ach, das ist dumm, ach, das ist veraltet, ach, das entspricht nicht der Heiligen Schrift, sondern schauen Sie dieser Kraft gerade ins Auge, erkennen Sie ihre logische Gesetzmäßigkeit und wenn diese Kraft beispielsweise ein kränkliches, grofulöses, moralisch verkommenes Geschlecht vernichten will, so hindern Sie sie nicht daran mit ihren Pillen und Zitaten aus einem schlecht verstandenen Evangelium. Bei Leskov gibt es den gewissenhaften Danila, der außerhalb der Stadt einen aussätzigen Pfand ihm zu essen gab und ihn vor der Kälte schützte, alles um der Liebe und um Christi willen. Wenn dieser Danila die Menschen wirklich liebte, dann hätte er den Aussätzigen noch weiter von der Stadt weggebracht und in einen Graben geworfen. Er selbst aber wäre zu den Gesunden gegangen und hätte ihnen gedient. Ich hoffe, dass Christus uns eine vernünftige, sinnvolle und nützliche Liebe gepredigt hat. So einer sind Sie, meinte der Diakon lachend. Sie glauben doch nicht an Christus, wozu erwähnen Sie ihn dann so oft? Nein, ich glaube an ihn, aber natürlich nicht auf ihre Weise, sondern auf meine eigene. Ach, Diakon, Diakon! Nun lachte auch der Zoologe, fasste den Diakon um die Taille und sagte heiter, Nun, was ist? Fahren wir morgen zum Duell? Meine Würde erlaubt es nicht, sonst käme ich mit. Und was heißt Würde? Ich bin geweiht, auf mir ruht der Segen Gottes. Ach, Diakon, Diakon! wiederholte von Koren lachend. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen. Sie sagen, Sie haben einen Glauben, sagte der Diakon. Was ist das schon für ein Glaube? Ich habe einen Onkel, der ist Pope, der glaubt so fest, dass er, wenn er bei Dürre aufs Feld geht, um Regen zu erbitten, einen Regenschirm und einen Ledermantel mitnimmt, damit ihn auf dem Rückweg der Regen nicht durchnässt. Das nenne ich Glauben. Wenn er von Christus spricht, geht von ihm ein Leuchten aus, dass alle Bäuerinnen und Bauern laut weinen. Er würde diese Wolken zum Stehen bringen und jede ihrer Kräfte in die Flucht schlagen. Jawohl! Der Glaube versetzt Berge. Der Diakon lachte und klopfte dem Zoologen auf die Schulter. So ist es, fuhr er fort. Sie studieren dauernd, sie kennen die Strudel des Meeres, sie wissen die Schwachen von den Starken zu unterscheiden, sie schreiben Bücher und fordern zum Duell heraus, aber alles bleibt beim Alten und sehen sie, da braucht nur irgendein gebrechlicher Greis im Namen des Heiligen Geistes ein einziges Wort zu lallen oder hoch zu Ross ein neuer Mohammed mit dem Säbel aus Arabien angaloppiert zu kommen und bei ihnen steht alles Kopf und in Europa bleibt kein Stein auf dem anderen. Na, Diakon, das ist aber zweifelhaft. Ein Glaube ohne Taten ist eine tote Sache, aber Taten ohne Glauben sind noch schlimmer, nur Zeitvergeudung, weiter nichts. Auf der Strandpromenade tauchte der Doktor auf. Er bemerkte den Diakon und den Zoologen und trat zu ihnen. »Es scheint alles bereit zu sein«, sagte er ganz außer Atem. »Goworowski und Boyko werden die Sekundanten sein. Sie holen dich morgen früh um fünf Uhr ab. »Was sich da zusammengeballt hat«, sagte er und blickte zum Himmel empor. »Man sieht gar nichts mehr. Gleich wird es regnen.« »Ich hoffe, du kommst mit?« fragte von Koren. »Nein, Gott bewahre, ich habe mich schon so abgeplagt. An meiner Stelle fährt Ustimowitsch mit. Ich habe schon mit ihm gesprochen.« Fern über dem Meer blitzte es und man hörte dumpfes Donnerrollen. »Wie schwül es vor dem Gewitter ist«, sagte von Koren. »Ich wette, du warst bei Lajewski und hast an seiner Brust geweint.« »Was sollte ich bei ihm?« antwortete der Arzt verlegen. »Das hätte noch gefehlt.« Bis zum Sonnenuntergang war er etliche Male den Boulevard und die Straße auf- und abgegangen, in der Hoffnung, Lajewski zu begegnen. Er schämte sich wegen seines Aufbrausens und des darauf folgenden plötzlichen Ausbruchs von Gutmütigkeit. Er wollte Lajewski in scherzhaftem Ton um Verzeihung bitten, ihm die Leviten lesen ihn beruhigen und ihm sagen, ein Duell sei zwar ein Überbleibsel mittelalterlicher Barbarei, doch die Vorsehung selbst verweise sie auf das Duell als ein Mittel zur Versöhnung. Morgen würden sie beide, zwei prachtvolle Menschen von bedeutendem Verstand nach dem Schusswechsel ihren Edelmut gegenseitig zu schätzen wissen und Freunde werden. Doch Lajewski war ihm kein einziges Mal begegnet. »Was sollte ich bei ihm?« wiederholte Samoylenko. »Nicht ich habe ihn beleidigt, sondern er mich.« »Sag bitte, weshalb ist er so über mich hergefallen? Was habe ich ihm Böses getan? Ich komme in den Salon und plötzlich sagt er für nichts und wieder nichts Spitzel. Da hast du's. Sag mal, womit hat es bei euch angefangen? Was hast du zu ihm gesagt?« Ich sagte zu ihm, seine Lage sei aussichtslos. Und ich hatte recht. Nur Ehrenmänner und Spitzbuben können aus jeder Situation einen Ausweg finden. Aber wer gleichzeitig Ehrenmann und Spitzbube sein will, der findet keinen Ausweg. Es ist jedoch schon elf Uhr, Herrschaften, und morgen müssen wir früh aufstehen. Plötzlich kam ein Windstoß. Er wirbelte auf der Strandpromenade den Staub auf, drehte ihn blitzschnell im Kreis, heulte und übertönte das Rauschen des Meeres. »Eine Böe«, sagte der Diakon, »wir müssen gehen, sonst bekommen wir die Augen voll Staub.« Während sie gingen, seufzte Samoylenko und meinte seine Mütze festhaltend, »Ich werde heute wahrscheinlich nicht schlafen können.« »Reg dich doch nicht auf«, erwiderte der Zoologe lachend. »Du kannst ruhig sein, das Duell führt zu nichts. Laevsky wird großmütig in die Luft schießen, er kann gar nicht anders und ich werde wahrscheinlich überhaupt nicht schießen. Es lohnt sich nicht, wegen Laevsky vor das Gericht zu kommen und Zeit zu verlieren. Nebenbei gesagt, was für eine Strafe hat man eigentlich bei einem Duell zu gewärtigen?« »Arrest und falls der Gegner stirbt, bis zu drei Jahren Festung.« »In der Peter-Pauls-Festung?« »Nein, in einer Militärfestung, glaube ich.« »Es wäre immerhin nötig, diesem Burschen eine Lektion zu erteilen.« Fern über dem Meer blitzte es und die Dächer der Häuser und die Berge leuchteten für einen Augenblick auf. Am Boulevard trennten sich die Freunde. Als der Arzt im Dunkeln verschwand und seine Schritte kaum noch zu vernehmen waren, rief ihm von Koren nach. »Hoffentlich macht uns morgen das Wetter keinen Strich durch die Rechnung.« »Kann schon sein, gäbe es Gott.« »Gute Nacht.« »Was? Nacht? Was sagst du?« Durch das Rauschen des Windes und des Meeres und bei dem Rollen des Donners konnte man schwer etwas verstehen. »Nichts!« schrie der Zoologe und eilte nach Hause. Vielen Dank.